Weißt du, und das Beste ist, dass er uns freie Hand gegeben hat beim Anzapfen von Telefonen. So kriegen wir alles mit von Junos Spediteuren und ihren Kunden. Und Faisil hat eine Liste aller Kontaktpersonen erstellt, die Kremsen-Giaten den Staaten haben könnte. Wir brauchen also nur noch hier rum zu hocken. Hey, langweilt dich die Sicherheit unserer Nation? Zapf ihr Telefon an. Wovon redest du? Das haben wir schon. Ich meine Helens. Zapf ihren Apparat im Büro an und den bei mir zu Hause. Okay, in Ordnung. Könntest du mal kurz hier rüberkommen? Ich möchte dich nur was fragen. Hör zu. Mir fallen zwei Wörter ein, um deine Idee zu beschreiben. Das ist Wahnsinn. Unerlaubte Lauschangriffe sind strafbar. Weißt du was? Das machen wir genau 20 Mal am Tag. Also quatsch mich nicht mit deinem Müll voll. Tu es. Hallo? Helen, hier ist Simon. Kann ich sprechen? Ja, sprechen Sie. Hören Sie, ich habe nicht viel Zeit. Können wir uns morgen zum Essen treffen? Ich muss Sie sehen. Ja, ich glaube, das geht wo? An der selben Stelle, 13 Uhr. Ich muss jetzt los. Bis morgen. Und nicht vergessen. Ich brauche Sie. fer Sp alan ange talkin. 15 Uhr. Es geht wohl Eles mit ihren 43 Uhr. 41 Uhr. 42 Uhr. 43 Uhr. Vielen Dank.